Keine Ahnung, ich bin ja irgendwie für Tomate, ich mag Tomate. Ja, wir können auch... Na, wir gehen dann nach Tomate Town. Und danach halt wieder... eine Stunde. Das ist halt wie so eine normale Runde. Außer, dass es halt keine Zone gibt. Und du deine Mates ja nicht siehst, aber abballern kannst. Ich glaub, Gegner sind bei dem roten Haus da. Sehr gut. Hast du Waffen? Ja. Gut. Gut. Ich hab da bepumpt. Lel. Ich auch. Ja. Komm, dann sollen wir die kurz pushen, bevor die sich... bevor die uns pushen. Ja, können wir gleich machen. Ich... Herz auf das. Keine Holzen. Also sind da Leute, denkst du. Ja, bevor wir sind sofort welche. Ja. Sagt der Nuskin rasiert. Okay, der Typ wird jetzt erstmal kaputt. Ich kann mich um den anderen. Einer ist genockt. Down. Okay. Der Typ wollte mit der Revolver auf die Entfernung schießen. Ja. Töten. Hilfe. Ja. Du hast ja auch bald Ferien. Bist du schon gehypt? Ja, ne? Auf jeden Fall. 147 spielen. Aber ihr schreibt nix mehr, oder? Ne, wir schreiben nix mehr. Ja, äh... Unsere letzte Woche bestand da und wir sind in die Schule gegangen. Film, Film und Film. Kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Risky Reels sind Gegner. Hätte mich auch irgendwie sonst gewundert. Ja, die sind hier. Relativ. Aha. Ah, ja. Da vorne. Hat er einen Hit? Ich bestimmt wieder so ein Try-Harder, Alter. Ach. Header-Hit? Ich hab ihm Header einen Hit gegeben. Entspannung, Freundchen. Komm her, Boy. Genockt. Achso. Oh, klar. Ich hoffe, ich hab den nicht abgeschoppt. Oh, oh. Hast du ihn? Nee. Boah, was? Der ist so low, ja. Ich wollte ihn dir so lassen, weil... Das ist ja auch mein... Kill bekommst halt. Was ist hier ein bisschen offen. Ah, heute ist irgendwie nicht so mein Fortnite-Tag. Wollte ich den lassen, aber dann... hab ich Zugriff gemacht. Hey, nee, warte mehrere. Na ja. Hier ist noch eine. Das übersehen. Warte. Hier ist keiner. Nee. Das waren nicht viele Äpfel. Nee, nee. Oh, da rennen wir sofort in die nächste. So. Und wo die ist ja nicht weit weg. Nice. Auch noch eine Pump drin mit Muni. Und eine Scar. Eine goldene Scar. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja? Ja, boing. Also. Also das ist... Wenn das mal... kein Glück ist. Brauchst du AR-Moon? Ich hab 200. Ich weiß nicht. Ich auch. Ah, gut dann. Aber auch 200? Ja. Mach schon. Da bin ich ganz ehrlich. Hier unten sind noch Äpfel. Oh, nice. Wir sind eigentlich immer Äpfel. Ja. Bin ich auch nicht anders gewöhnt, dass da... Das Äpfel-Paradies. Dafür sind halt Äpfel so geil. Ich hab Gegner gesehen. Wo? 255. Die haben einen Baum abgebaut. Okay. Hier ist noch ein Apfel hinter dir. Ah, lel. Ist Lel eigentlich dein Lieblingswurst? Lel? Ja. Ja. Eig... Sagt er die letzte Zeit richtig oft? Keine Ahnung. Sind die denn schon da? Alle. Hahaha. So. Achtung. Er hat grad Fall damit kassiert. Der... Wie er mich... Was ist das? Was? Ey, Mann. Diese Scheißwaffe. Sie trifft einfach nicht scheiß Drecks. Gar, Alter. Habt ihr seinen Teammate? Habt ihr seinen Teammate? Danke. Ey. Und hä? Der... Hä, wo ist der? Da unten? Hier ist er. Oh mein Gott. Was ist das denn für einer? Der ist Low? Low as fuck. Bam, Alter. Schön geklaut. Schön geklaut. Alter, der Typ hat mir so... Ey, die Scheißgahl. Da wenn die einmal Kontakten... Kontakten... Alles klar. Hä? Ist aber wirklich so. Manchmal connected die. Warum nicht? Entweder war ich grad zu behindert, um zu aimen, aber... Ja. Kann auch nur Sky jetzt. Alles klar. Du hast jetzt einen Schuss. Äh, einen Schuss. Alles klar. Ein... Ja. Äh, hast du noch? Ich bin der Meinung, zwei hast du... Ja. Kann ich gerne nehmen. Sollen wir ballern? Ich hab nämlich... Kann nur snipen. Warte, hier ist jemand. Okay. Ach so, war es der Typ, der da oben war? Nee, aber... Da ist noch einer. Ja, ey Junge. Der Typ hat grad so sein Leben gerettet bekommen. Ey, das wär so ein geiler Snipe gewesen. Naja. Alle in der Mitte. Was?! Da. Wie hat der nicht getroffen? Wissen wir, ich verarschen. Ja, gewehr. Ist doch Stress, die abgewehr. Hä? Alter, ich konnte grad nicht gehen. Was war das denn? Was hatten wir eigentlich für einen Loot, den ich gekillt hab? Absoluten Scheißloot hat er gehabt. Alles klar. Warte, Achtung, der steht an der Ecke. Richtig. Äh, äh, bin ich so... Und welcher? Äh, hier vorne sofort bei 210. Dahinter, da wo ich hinschieß. Ach so. Da hat er eben gestanden. Ne. Ja. Oh, Hit! Hit! Ich hab einen Hit. Ist der dumm? Der bleibt ja einfach ab. Wann? Ist das der? Der und ich... Was ist denn das denn für Geckos, Alter? Ich glaub's gar nicht. Alter, da wurde grad einer genockt. Wo ist denn der? Dem einen auf dem Berg hatte ich einen Hit gegeben. Ähm... Das steht hier fest. Aber der in Dusty, wo ist der eigentlich? Keine Ahnung. Ich glaub der ist einfach verdrückt. War es der aus Dusty? Ja, ich bin der Meinung schon. Ich seh ihn, ich seh ihn. Wo? In diesem Teil da, an dieser Rohre. Da ist der. Komm, wir gehen einfach runter, würde ich sagen. Komm. Ja, wir sind eh die Zone. Ah ja, gut dann. Die Launche macht nämlich auch immer sehr viel Spaß. Hast du noch kleine Mohn? Ähm, ja. Ein bisschen hab ich noch. Na gut. Ich hab fast 500. Das war's. So, irgendwo hier ist der. Ja. Müsst doch gucken, dass ihr uns nicht auch komplett auseinander nehmt. Ja. Ich hab Angst, dass auf dem Berg waren auch noch welche. Dass ihr mit... Hast... Oh, ich hab fast getroffen. Oh, warte, da oben steht einer. Oh, ah, der war so close. Kommen wir da hin? Oh ja, ist das in der Zone? So, da wollen wir uns einen Tower in der Zone bauen. Ja. Ja. Ja, das ist eh in der Zone. Ja, gut dann. Lass mal so'n teilnehmen, oder nicht? Hm, mach ich. Ja. Ist ganz schön laut. Ich weiß nicht. Entscheide ich nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ne, ich lass eh nicht. Aus so'n Bau-Fights damit sind relativ... Man kommt zwar damit übelst hoch, aber... Ja, aber ich... Damit kann man schlecht bauen, finde ich. Ja, ja, ja. Kann damit nicht so gut. Ich auch nicht. Wenn man das wahrscheinlich auch nicht trainiert. Gut. Gehen wir die also hochpushen, oder? Jo. Gut. Dann können wir ja noch mit Jumppad abhauen. Ja, hast du's auch schon ausgewählt? Klar. Gut. Kann man da so fallen oder so ausgewählt hat, und man dann schnell switchen muss. Aber du bist auch gut, däckig. So, jetzt bitte nicht sterben. Ne. Oh, der ist genau hier? Ja, das stimmt. Das ist ein guter Spieler, jetzt? Ja. Wenn der Fortnite leckt. Ist er bei dir und? Ja, ja. Ey. Hat er es, der ist wirklich low? Ey, ich kann grad nicht bauen. Bro. Fuck live. Wo ist der? Hat dich da eingebaut? Ne, der ist hier. Das ist der letzte, ne? Echt? Ja, hab ihn. Ja, moin. Wie viele Kills hast du? Drei? Ich hab fünf. Ich würde sagen, verabschiede dich von der Runde. Grüße geht raus. Äh, neb YouTube. Hey. Ja. War ne schöne Runde. Äh, ja. Lass ein Like, ein Abo. Und hau da rein. Ciao.